Ich bin dann mal auf Tour. Ich habe jetzt einen wunderbaren Graubergunder von Martin Schongauer im Glas. Martin Schongauer, der Name, wird viele von euch übergriffs sein, das kommt natürlich auch nicht von ungefähr. Martin Schongauer ist nämlich deutschlandweit die beliebteste und absatzstärkste Weinmarke hier aus Bar. Das ist für mich als Kaiserschul-Tuniberg-Weinprinzessin natürlich auch ganz wichtig und macht mich ganz besonders stolz, dass die Botschaft unserer Heimat vom Badische Winzerkeller, vor allem durch den Badische Winzerkeller, nach ganz Deutschland rausgetragen wird. Ich kann euch sagen, das ist einfach nur wunderschön und einzigartig. Man sieht es hier richtig schön, die Sonne strahlt auf unsere Kaiserschul-Tuniberg und vor allem Badischen Reben. Man merkt es im Glas, man schmeckt es im Glas, man sieht es auch im Glas. Die Sonne kommt direkt von den Reben ins Glas. Das ist die pure Kraft hier der Sonne, das ist die pure Liebe unserer Winzerinnen und Winzer und es schmeckt man auch. Das ist die pure Kraft hier der Sonne.